Moin Leute! Wir zocken ne Runde! Fanglos! Schön! Wieso werde ich euch jetzt jede Wette fragen? Weil ich da doch nicht besser mit solchen Bannern zu gewinnen und zudem hat mich mein Freund vermutlich schön dieb gepusht und ich bin das mal auf der Frage und hab mir erst mal gedacht, dass wir auf einer Flutseite wären. Jungen! Es ist grad mal ein 2-0 jung und ich muss nur Spiele spielen! Ich geb da jetzt noch nicht auf! Japp! 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 Okay, das ist nicht genug. die Prozent Jünger ist auch der Hachim G das habe ich ganz schön gut erzählt, das ist auch eine schöne Luftparade nur noch ein leichter Aerial Jünger wird besser ja hätte es guten können und somit versuchen können, noch ein R-Head rauszukriegen, aber das will ich ja nicht also das wäre ja eh die falsche Richtung ok, gut ich weiß, was der Weak Point von Gegnern ist und mein Mate Double Committed schon wieder gut Tor mit mir ey, ruft mich zurück was wollt ihr aufs Torballern oder nicht? mal mein Mate Benutzen mit der neuen Post-Torballern geht natürlich auch oh Mate, sehr schön Mate, das war das, wenn ich fahren darf? gut, ich gebe zu, es war auch Teil, was meine Schuld aber schade schade ok gut, aber ich habe schon eine Runde gespielt ich muss jetzt 5 Runde spielen, die Season ist im Übrigen auch ein Extrem deshalb werde ich mich nicht bei einem mal an ranken nur noch 14 Tage oder so oder aus meiner Sicht 14 Tage aus eurer Sicht ist Schaum genau, ich muss 2 gegen 2 spielen aber das Match eben war krass finde ich schon krass die Runde zu sichern, Aufnahme ist dann perfekt pf 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 Ja, ich weiß nicht, ob der überhaupt gegangen wäre. Ja, geh. Geh du ruhig vor. Och. Okay, gut, war man? War? Für die Stärke ist es voll, war er stark. Ich finde es nur so, wie er so stark gehtet hat. War der gut? Ich bin auf einem großen Boot. Ich glaube, ich boah, ich schaise ein bisschen so viel Backpost. Also, ich kann nicht fliegen. Ich habe auch eine Quest zu erledigen, zu verhindern, bis das das Gegner in zwei Spielen... ... also in einem Spiel irgendein Vorschieß, die Idee habe ich jetzt schon mal nicht geschafft. Gut, ich habe 12 Fuß. Das heißt, ich bin schon mal ganz schön. Ich bin komplett. Sehr gut. Okay, gut, meine Version von Backpost einhalten. Für mich ist Backpost hier. Aber ich müsste eigentlich Autositionsregeln und müsste eigentlich zum anderen posten. Aber gut. so... Made, 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 Deiner. Aha... Made, Double... Committed und macht dann nichts damit. genau ich versuche es mal hier einfach nur ein bisschen vielleicht die Luftgegau und dann geht der also ich bin mir erhebt nun kriege ich hin und das war falsch da ich auch noch auf dem falschen Kriegstand ich stand eine Reihe 2 3 und habe mich nicht mich nicht gescheit bewegt hat sehr schön sehr gut oh pass schön ja lcpa echt was ist oh sollte ich für Inaktivität melden stark verbindungsverlangen ist sehr gut stark ja wohin jedoch gleich noch mal stimmt ich erinnere mich ciao ja alles klar ich kann sagen dass man so viel auf geht Ich weiß nicht, wie er den macht. Das ist kein Safe-Humor, was soll das für ein Clear sein? Ich muss was richten, was für ein Clear, glaube ich, okay. Hartfuß nicht verwischt hat. Obwohl! Mann, da gab es nur ein Boost. Das ist ein ganz wenig Stream bringt euch jetzt wenig, weil ihr das eh schon wisst. Aber heute hat Saudi-Arabien gegen Argentin gespielt. In der Vorrunde erst. Heute ist ja gerade der bessere Politik, die er immer öffnet. Naja, für uns, für euch ist längst schon dran. Und Saudi-Arabien hat gewonnen. Und Bob kommt mal wieder um. Schön. Gewinne 5 Online-Spiele festgeschafft, die Junge. Das ist ja krank, das ist ja krank gerade eben. Das letzte Tor. Das letzte Tor war richtig gut. 10k XP. Erfahrungstufe 75. Avatar-Rahmen. Ravana-Rahmen habe ich ja noch gar keinen, also. Also lege ich mir den einfach mal an. Ne, das ist ja nicht da. Das ist unser Profil. Und zwar ist das Ganze unter Avatar-Rahmen wählen. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und ciao!